Hi zusammen, Wahoo hat die zweite Generation des großen GPS-Radcomputers Roam vorgestellt. In diesem Video zeige ich dir die neuen Funktionen des Wahoo Roam 2. Was ist also der Unterschied im Vergleich zum Roam 1? Wo liegen die Unterschiede zum kleinen Bolt V2? Und der Bolt V1, der liegt hier auch, aber es ist eigentlich ein altes Modell, einfach nur als Deko. Ja, die großen Verbesserungen, die nenne ich dir jetzt sofort, damit du sofort eine gute Übersicht bekommst und meine Einschätzung zu den Neuerungen und was das in der Praxis bedeutet, das erzähle ich dir auch im Video. Vor einigen Wochen war ich auf den Kanarischen Inseln im Urlaub und da hatte ich den Roam 2 am Rad. Da konnte ich ihn also schon mal testen. Mittlerweile fahre ich seit circa drei Jahren mit den Fahrradcomputern von Wahoo. Die Wahoo Radnavis gehören zu meinen Favoriten, vor allem wegen der Zuverlässigkeit der ausgereiften Navigation und weil man sich das auf das System einfach verlassen kann. Den Vorgänger hatte ich zum Beispiel bei meiner Tour über die acht bewohnten Kanarischen Inseln dabei, auf der Italy Divide in Italien, bei einer Alpenüberquerung, auf Sri Lanka beim Bikepacking und bei vielen anderen Touren. Junge Vater, da ist einfach der Elefant auf der Straße. Lass uns jetzt starten mit den sechs wichtigen Neuerungen und was eben beachtenswert ist am Wahoo Element Roam V2. Das Ganze ist jetzt eine Übersicht einfach, dass du grob weißt oder bestens eigentlich Bescheid weißt über das neue Gerät und was das Ganze dann in der Praxis bedeutet, das kommt auf jeden Fall im Hauptteil. Also wenn du hier was nicht verstehst, dann gehe ich da auf die Punkte jetzt intensiv dann auch im Hauptteil ein. Wir starten am besten mit dem Speicher, der wurde jetzt erweitert auf große 32 GB. Beim Vorgänger, da waren das nur mickrige 2 GB. Das Display hat immer noch die gleiche Größe, 2,7 Zoll, angenehm oder sehr, sehr gut ablesbar, bestens ablesbar. Hat jetzt 64 Farben. Der Vorgänger, ich glaube er hatte acht Farben. Zum Laden und für den Datenaustausch, da ist jetzt auch endlich modernes USB-C am Start und verbaut als USB-Anschluss. Beim Vorgänger war das noch das veraltete Micro-USB, war sogar zum Zeitpunkt des Releases eigentlich veraltet. Also sehr, sehr gut, dass Wahoo jetzt hier auf der Höhe der Zeit ist. Das Gehäuse, das ist im Vergleich zum Vorgänger fast identisch, was Größe und Gewicht angeht. Neu sind auf jeden Fall die jetzt aus dem Gehäuse herausragenden Tasten. Also die haben wirklich einen exzellenten Druckpunkt und man kann sie auch wirklich gut bedienen mit Handschuhen beim Vorgänger. Ja, der Druckpunkt war auch sehr, sehr gut, aber die Tasten waren so ins Gehäuse eingelassen und dadurch war es dann doch nicht ganz so ideal zu bedienen mit Handschuhen. Zu den ganz großen Neuerungen zählt der neue GNSS-Chip, also der Satellitenchip. Denn der Rome V2, der empfängt jetzt auch das Satellitensignal auf mehreren Frequenzbändern und das sollte für eine extreme Genauigkeit beim Satellitenempfang sorgen. Weitere Verbesserungen, die gibt es auch bei der Arbeitsgeschwindigkeit, beim Buzzer, Lautsprecher und bei den Bedienelementen. Die hatte ich ja schon genannt. Am besten, wir schauen uns jetzt den Lieferumfang an, einfach, dass du Bescheid weißt, wenn du den Rome V2 kaufst, was erwartet dich in der Box, welche Ausstattung gibt es und so weiter und so fort. Und ich lege auch einfach mal den Rome V1 daneben und ja, da die Box und dass du einfach mal siehst, ja, welche Neuerungen gibt es, was hat sich da getan. Wahoo Element Rome Lieferumfang, also lassen wir uns anschauen. Das ist der alte Wahoo Element Rome, den lege ich mal zur Seite, kommen wir gleich noch dazu. Und hier der, der uns interessiert, der Neue, hier in einer sehr schönen, hochwertigen Verpackung, wie immer bei Wahoo. Tada, da ist das Prachtstück. Ja, das Licht scheint jetzt hier ein bisschen drauf und spiegelt, sorry dafür. Da ist er, wir holen ihn gleich raus. Hier noch eine kurze Schnellstattanleitung, ja, mit den wichtigsten Features. Also, wir holen ihn raus und ich nehme die Packung mal weg. Da ist er, noch die Displayschutzfolie drauf, beziehungsweise ich habe sie natürlich wieder angebracht. Wartet mal. So, ich mache ihn jetzt an. Dauert sehr, sehr lange, 40 Sekunden ungefähr. Komme ich später noch dazu. Da das Wahoo Fahrradnavi. Ja, wobei, lass uns einfach mal das Gehäuse anschauen. Also hier, sehr schön gummiert für viel Grip. Wieder mal aerodynamisch, hier an der Front mit dem Wahoo Logo. Und hier, ja, die Wahoo Befestigung, Halterung, komme ich auch noch zu sprechen im Testvideo. Dann hier die drei Tasten, jetzt sehr, sehr schön gummiert und erhaben. Und hier die Hoch-Runter-Taste. Der lässt sich alles wirklich vorbildlich bedienen, auch mit Handschuhen. Und ja, alles tip-top. Also, da liegt er. Was ist noch im Lieferumfang? Hier alles schön in Folien eingepackt. Ich hole es mal raus. Eine Schnellstartanleitung, die brauchst du nicht, denn du hast dieses Video. Packe ich alles mal weg. Und ich hole mal hier das Zubehör aus den Folien raus. Was ist also hier dabei? Hier das USB-Kabel zum Aufladen und für den Datenaustausch mit dem Computer. Wenn man hier eine GPX-Datei rüberziehen möchte, natürlich mit modernem USB-C, was jetzt ja auch der Wahoo hat. Hier, wie gesagt, endlich modernes USB-C. Komme ich auf alles noch zu sprechen. Also im Verlauf des Videos komme ich noch intensiver drauf zu sprechen. Dann hier die Wahoo-Basishalterung. Ist einfach so eine kleine Puck-Halterung. Da kann er schön eingedreht werden hier. Klick. Hier einen Spacer, wenn man es einfach höher legen möchte, zum Beispiel auf dem Vorbau, weil man mehr Platz benötigt. So, du hast gesehen, es hält wirklich vorbildlich. Und mit der Halterung, genau, die wird mit den Kabelbindern befestigt. Vier Kabelbinder sind im Lieferumfang. Eine Basishalterung ist im Lieferumfang. Damit bekommt man den Wahoo eigentlich an so gut wie jedem Fahrrad am Lenker oder auf dem Vorbau befestigt. Und das ist das eigentliche Schmuckstück hier. Die Aero-Halterung. Damit kann man es dann, ja, den Wahoo-Fahrradcomputer schön aeromäßig und auch, ja, ich würde sagen, sehr vorbildlich. Also mit einem sehr vorteilhaften Blickwinkel schön weit vorne am Lenker befestigen. Ja, hier noch eine Schraube. Die Schraube, damit kannst du den Wahoo hier festschrauben. Und damit wird er Teil des Fahrrads. Und bei offiziellen UCI-Fahrradrennen kannst du ihn dann, ja, ist er eben Teil des Fahrrads. Ist er dann Teil des Fahrrads und es gibt dann gewisse Vorteile beim Wiegen. Das ist also der gesamte Lieferumfang des neuen Wahoo Element Rome V2. Also alles, womit man loslegen kann. Sehr cool. Und ich wollte eigentlich darauf eingehen, was im Lieferumfang ist des alten Wahoo Rooms. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so interessant, denn es ist tatsächlich der gleiche Lieferumfang, ja. Da hat sich nicht viel getan. Ups, warum auch? Es ist ja alles dabei, was man braucht. Fahrrad, Computer und unten drunter eben auch das Zubehör. Ja, das ist der Lieferumfang. Und jetzt können wir auch starten mit dem detaillierten Test des Wahoo Element Rome V2. Ich blende hier nochmal rechts ein. Das Inhaltsverzeichnis. Wie gesagt, Inhaltsverzeichnis findest du in der Videobeschreibung. Also wenn dich ein gewisser Punkt ganz brennend interessiert, dann schau jetzt in die Videobeschreibung und klick dich einfach durch. Und jetzt gehen wir auf alle Punkte des Wahoo Element Rome im Detail ein. Beim Speicher, da macht Wahoo einen riesen Schritt nach vorne. Das ist sehr, sehr genial. 32 GB Speicherplatz sind hier verbaut. Sehr, sehr üppig. Beim Vorgänger, da waren das mickrige 2 GB Speicher. Ja, was bedeutete das beim Vorgänger? Da hatten wir 2 GB Speicher und man hatte ungefähr Speicherplatz für drei Länder. Ich sag mal so, meistens im Alltag, da ist das vollkommen ausreichend. Man kann auch richtig gut mit der Element App einfach schnell über WLAN ein neues Land sich runterladen, wenn man den entsprechenden Datentarif hat. Aber ich fand es schon eine Einschränkung, die eigentlich nicht sein müsste. Wie gesagt, jetzt endlich üppige 32 GB Speicher verbaut. Was bedeutet das? Es bedeutet einfach viel Kartenmaterial, das du dabei haben kannst auf dem Rome V2. Im Lieferumfang, da ist bei meinem Gerät jetzt ganz Europa installiert. Wir haben Nordamerika installiert, einige Karten aus Südamerika und noch ein paar afrikanische Länder. Beim Display, da gibt es einige kleine Neuerungen. Modellpflege wurde hier eben betrieben. Wir haben weiterhin das 2,7 Zoll große Display. Die Auflösung beträgt bei beiden Geräten, beim Vorgänger und beim aktuellen Modell, 240x400 Pixel. Jetzt neu sind hier 64 Farben. Hier waren es glaube ich nur 8, auf jeden Fall waren es weniger. Und ja, das hilft einfach bei der Darstellung auf der Karte. Da werden einfach etwas mehr Details dargestellt. Und wir haben natürlich wieder den Helligkeitssensor verbaut. Sehr, sehr wichtig. Einfach für komfortable Helligkeitsregulierung, wenn man in den Wald reinfährt, wenn man von morgens bis abends unterwegs ist oder in die Dämmerung reinfährt. Und einfach auch gut für die Optimierung der Akkulaufzeit. Wahoo weiß einfach, wie man exzellent ablesbare Fahrrad-Navi-Displays baut. Und genau so ist es auch beim Roam V2. Das Display ist wirklich in jeder Situation, egal ob die Sonne reinknallt, egal ob du im Schatten unterwegs bist, bei wechselnden Lichtverhältnissen, exzellent ablesbar. Das Thema ist einfach, das Display, das liegt hier direkt unter dem Displayglas. Es gibt hier keinen Luftspalt oder sowas dazwischen. Und eben diese Display-Technologie mit diesen selektiven Farben, diesen reduzierten Farben, die sorgt einfach für eine exzellente Ablesbarkeit. Also da kann so gut wie kein anderes Fahrrad-Navi-Display mithalten, ist nach wie vor so. Beim USB-Anschluss, da ist der Wahoo jetzt endlich auf der Höhe der Zeit. Ein moderner USB-C-Anschluss, eine USB-C-Büchse wird verbaut, einfach für den Datenaustausch und für das Aufladen des Geräts. Ja, was soll man sagen? Sehr, sehr gut im Jahr 2023, dass man endlich auf den modernen Standard setzt. Beim Vorgänger war das ja noch Micro-USB. Und ja, der Anschluss ist wie immer hinter einer Gummikappe geschützt vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit. Ja, und es klappt auch richtig gut. Also auch wenn ich im Winter damit unterwegs bin oder bei Starkregen, da muss man sich einfach keine Gedanken machen. Die Gummikappe, die sitzt sicher im USB-Anschluss und schützt den sehr gut. Haltesystem und Bedienelemente. Ich hatte es ja schon erwähnt, das Haltesystem, das ist absolut identisch im Vergleich zum Vorgänger. Also hier hinten ist die Halterung am Roam V2. Wie gesagt, genau gleich wie beim Vorgänger. Also wenn du da schon einen Roam V1 hast, die Halterung vom Roam V1, dann kannst du direkt loslegen. Natürlich ist die Aero-Halterung die neue, was ja eigentlich die gleiche ist wie die alte, im Lieferumfang, hatte ich ja schon gezeigt. Und auch die Anordnung der Bedienelemente. Also hier die Hoch-Runter-Taste, da die Power-Taste und hier unten diese Bedienelemente. Die sind genau gleich angeordnet wie beim Vorgänger. Also wenn du im Wahoo-Universum zu Hause bist, da findest du dich sofort zurecht. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, Garmin-Halterungen, die sind zu Wahoo-Halterungen nicht kompatibel. Die beiden Hersteller, die verwenden ein anderes System. Wenn du jetzt aber schon eine Garmin-Halterung hast, dann gibt es von Wahoo das sogenannte Wahoo-Puck-System oder Wahoo-Puck-Adapter. Das ist ein Adapter für ein paar Euro. Damit kannst du deine Garmin-Halterung zum Wahoo-System, also zu dieser Halterung, kompatibel machen. Habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also bei Interesse, schau da einfach mal rein. Es gibt wieder zwei LED-Leisten oben und links am Gehäuse. Und mit der Element-App, da lässt sich die Funktion der LED-Leisten auf die eigenen Bedürfnisse einstellen. Und als Element-Nutzer, da findet man sich auch wieder sofort zurecht. Denn an der Funktion, da hat sich im Vergleich zum Vorgänger eigentlich nichts geändert. An der Stelle dann hier auch den Bolt V2. Der hat ja nur oben die LED-Leiste, einfach weil das Gehäuse eben kleiner ist und links die LED-Leiste weggefallen ist. Der Satellitenempfang. Die spannendste und größte Änderung beim Element Rome V2. Also empfangen werden weiterhin GPS, Galileo, GLONASS und Baidu. Und es wird jetzt bei unterstützten Satellitensystemen per Multifrequenzband empfangen. Das heißt, bei GPS und Galileo ist es möglich. Und durch diese neue Top-Technologie kann man mit extrem hohen Satellitengenauigkeiten rechnen. Ich muss die Satellitengenauigkeiten noch in der Praxis im Detail testen. Als ich auf den Kanaren unterwegs war, da hatte ich immer freie Sicht zum Himmel. Und die Multifrequenz-Technologie, die spielt ihre Stärken eben aus in schwierigen Situationen. Das heißt, in tiefen Häuserschluchten. Ja, im Wald bei gemischter Sicht, wenn man so unter einem dichten Blätterdach hindurchfährt. Oder gerade im Gebirge in tiefen Schluchten und so weiter und so fort. Also gerade da, wo normales GPS dann eben auch schlapp macht. Und wo die Frequenz dann doch die Genauigkeit dann doch zu wünschen übrig lässt. Und da ist Multifrequenz doch oft sehr, sehr hilfreich. Und es gibt gar nicht so viele Geräte, die das unterstützen. Das ist der Garmin Edge 1040, die Garmin Fenix 7 und die Apple Watch Ultra. Und ja, der Wahoo Element Rome V2, der reiht sich jetzt hier in die Riege ein. Der Geräte, die diese Top-Technologie unterstützen. Und es ist auch eines der günstigsten Geräte, die diese Technologie eben haben. Und das finde ich richtig super. Die Akkulaufzeit, die ist laut Wahoo bei 17 Stunden geblieben. Das scheint mir in der Praxis auch sehr gut hinzukommen. Ich blende dir mal das Akku-Ergebnis, den Akkustand nach so einer typischen Radfahrt ein. Also vielleicht werden es in der Praxis dann auch ein bis zwei Stunden weniger. Das ist immer noch ein ordentliches Ergebnis. Und ja, sind wir mal ehrlich, wenn es dann 15 Stunden sind, dann reicht es immer noch für eine komplette, ja für einen kompletten Tag Radspaß und für eine richtig lange ausgedehnte Fahrt. Und ja, man muss das auch immer so ein bisschen in Relation sehen. Ja, neue Garmin Navis, die halten teilweise doppelt so lang. Also der Edge 1040, der hat ja eine richtig krasse Akkulaufzeit. Aber man muss auch sagen, hier ist Multifrequenz, ja Multifrequenz, das Multifrequenz-Satellitensystem dauerhaft, dauerhaft aktiviert. Und bei den anderen Herstellern, bei Garmin, mit der SAT-IQ-Technologie, da wird Multifrequenz nur selektiv zugeschaltet. Also das kann man nicht so richtig vergleichen. Wie gesagt, 17 Stunden, 15 Stunden mit sowas kannst du hier rechnen. Und das ist immer noch ein starkes Ergebnis. Ein neuer Prozessor ist auch verbaut. Oder es sind Software-Optimierungen, vielleicht auch beides. Auf jeden Fall ist der Roam V2 sehr leistungsstark. Also Karten reinzoomen und rauszoomen und auch das Verschieben, das funktioniert wirklich rasend schnell und eigentlich verzögerungsfrei. Und nochmal ein Quäntchen schneller als beim Vorgänger. Also das ist super, sehr, sehr flinke Arbeitsgeschwindigkeit. Der verbaute Pieps-Lautsprecher, der wurde auch überarbeitet. Er macht sich jetzt bei Hinweistönen und bei Abbiegehinweisen sehr, sehr laut bemerkbar. Also da muss man sich gar keine Gedanken machen. Also auch draußen im lauten Stadtverkehr, da hört man den auf jeden Fall. Wenn man möchte, kann man ihn mit wenigen Tasten drücken auch einfach deaktivieren. Die Bedientasten sind jetzt stark verbessert. Die Tasten auf der Vorderseite sind jetzt erhaben, also ragen etwas aus dem Gehäuse hervor. Der Druckpunkt, der ist bestens und sehr präzise. Und auch mit Handschuhen können die Tasten bedient werden. Und bei Regen funktioniert die Bedienung natürlich auch. Das sind die Tasten und deren Funktionen. Die Power-Taste an der Seite, die ist für das An- und Ausschalten zuständig und fürs Ins-Menü kommen. Und die Hoch- und Runter-Taste auf der anderen Seite. Damit kannst du auf der Karte zoomen und dich durchs Menü bewegen. Das, was man von Wahoo kennt und liebt, ist eingebaut und funktioniert auch einwandfrei. An einigen Details hat Wahoo Feinschliff betrieben und diese Funktionen etwas nachgebessert. Im Großen und Ganzen, da sind die Funktionen mit dem Wahoo Bolt V2 vergleichbar. Und das ist auch klasse, denn die Wahoo Fahrradcomputer, die funktionieren super und machen genau das, was sie sollen. Der Roam V2 startet leider immer noch sehr langsam. Circa 40 Sekunden benötigt der Fahrradcomputer für den Start. Das Satellitensignal, das wird dafür dann sehr schnell gefunden. Ach komm, es startet. Dann warten wir halt 40 Sekunden. Oh Mann. Boom. Kommen wir zu Karten, Kartendesign und Navigation. Die Navigation, die gehört weiterhin zum Besten am Markt. Geplante Strecken, zum Beispiel von Komoot, die werden blitzschnell auf den Roam V2 übertragen. Also die Verbindung ist hier 1A. Die Navigation, die ist dann sehr übersichtlich und auch das Rerouting, also das Neuberechnen der Strecke, die ist blitzschnell. Der Roam V1 war der GPS-Fahrradcomputer mit dem wohl besten Kartenbild. Beim Bolt V2 wurde die Ablesbarkeit dann verschlechtert. Das war der wohl größte Kritikpunkt beim sonst exzellenten Bolt V2. Wie wird die Karte beim Roam V2 dargestellt? Wahoo hat etwas nachgebessert. Fahrradwege waren sehr auffällig blau. Die sahen eher aus wie ein Fluss. Die blaue Darstellung wurde jetzt etwas zurückgeschraubt. Kleine Straßen innerorts werden jetzt etwas dunkler dargestellt als beim Bolt V2. Was ich mir noch wünschen würde, sind dünne Begrenzungslinien für kleine Straßen innerorts für eine noch bessere Ablesbarkeit. Die Begrenzungslinien fehlen aber weiterhin. Lass uns die Datenseiten anschauen. Mit der Hoch- und Runter-Taste lässt sich in die Datenseiten hereinzoomen und rauszoomen. Bei den Wahoo-Fahrradcomputern mit kleineren Display sind maximal 9 Datenfelder möglich. Bei den Wahoo-Fahrradcomputern mit großem Display sind maximal 11 Datenfelder möglich. Das heißt, beim Roam V2 gibt es maximal 11 Datenfelder und somit sehr viel Übersicht über deine Werte. Radprofile für unterschiedliche Fahrräder sind leider weiterhin nicht möglich. Wenn du also unterschiedliche Räder hast, zum Beispiel ein Rennrad, ein Mountainbike, ein Gravelbike, dann musst du dir die Datenseiten eben so hinlegen oder so konfigurieren, dass sie ungefähr für alle Fahrräder passen. Aber wie gesagt, getrennte Profile gibt es leider nicht. Ich hoffe, dass Wahoo hier noch nachbessert in Zukunft. Aber wer weiß, das ist leider ein Manko, was Wahoo schon viele Jahre mit sich mitschleppt. Ja, zusätzlich zu den Datenfeldern gibt es ein Höhenprofil. Hier lassen sich bis zu zwei zusätzliche Datenfelder auf diesem Höhenprofil anzeigen. Und mit der Hoch- und Runter-Taste kannst du dann reinzoomen und rauszoomen. Und die Datenfelder, die können auch ausgeblendet werden. Das ist mein Ersteindruck vom Wahoo Roam V2. Ich starte jetzt meinen Praxistest. Es gibt dann bei mir auf dem Blog einen ausführlichen Testbericht und hier auf YouTube auch ein Video zum Wahoo Roam V2. Schau auch mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich dir den Roam V2 verlinkt. Und du findest auch einen Blogpost mit der Übersicht und dem Vergleich zu den aktuellen Wahoo Fahrradcomputern. Was sind die Alternativen zum Roam V2? Es ist der Garmin Edge 1040. Es ist das aktuelle Topmodell von Garmin. Der Garmin ist deutlich teurer. Er hat dafür mehr Sport- und Trainingsfunktionen. Er unterstützt Radprofile für unterschiedliche Räder. Die Akkulaufzeit ist länger. Ein Vollfarbtouchscreen ist verbaut. Aber die Navigation ist nicht so gut wie bei Wahoo. Eine weitere spannende Alternative ist der Hammerhead Karu 2. Der muss auf jeden Fall auch genannt werden. Das ist also die Alternative von Hammerhead. Ein klasse Display ist verbaut. Super ist die Navigation und das rasend schnelle Rerooting. Profile für unterschiedliche Fahrräder werden unterstützt. Und das ganze System ist einfach sehr, sehr modern. Es gibt noch keine deutsche Benutzeroberfläche, aber Hammerhead hat diese bereits angekündigt. Hast du noch Fragen zum Wahoo Element Roam V2? Dann schreib sie mir gerne in die Kommentare und ich antworte. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Fahrradfahren und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.